ein was will willkommen zu einer weiteren Folge von SG Heroes G1 ein Zombie und ein grüner Mensch hallo okay sie los so weg ich kann nicht laufen hey du kannst ich leider ich hatte doch die Lüge der Garnier der Erklärung ich glaube das bin ich nicht okay er ist bringt auch nicht in die uns das ist Deswegen laufe ich jetzt weg. Ich laufe auch schon weg. Ach, da seh ich ja in dem Bartort. Drei Minuten hast du Zeit. Drei Minuten hast du Zeit. Ja, das mein ich nicht. Aber wenn man da rein spawnt. Ja, ich glaub dann chillst du noch mal ne Minute und dann gehts los. Vielleicht werden wir auch eine Lobby, eine Arena geportet. Wäre auch witzig. Witzig, dass wir quasi töten. Das ist irgendwie Karma. Alter, was ist da los ey? Hier ist einfach nichts. Hier ist nichts. Ich find auch nix. Geil, ich find nix. Hauptsache hier sind einfach keine Kisten. Ach, Endarchills sind das. Ja, stimmt. Ich hab grad ne normale Kiste aufgemacht. Was ist das Klavier hier ey? Ja ey, ich kann gar nicht bauen. Man muss ja Endarchills suchen. Hallo Typ. Wo hab ich denn so Framelags ey? Was ist denn da los? Ähm, ist hier was cooles drin? Ey, was scheiße ist. Hier ist einfach nichts. Ich glaub wir so ein riesen Tempel hoch oder sowas. Lol. Ne, das sind doch keine Kisten. Ich wollt grad schon sagen, oh ich glaub auch ne Tempel hoch. Ey Junge, ich hab einfach mal gar nichts. Also ich hab nur ein Holzschwert. Das sagt alles. Da ist was weiß was. Ich find Küsten äh. Ich bin in nem Kino. Aber leider hab ich nicht die geilsten, die geilsten Stuff. Ich auch nicht. Mir fehlt so ein paar Schwerte. Ey, ich hab ja schon lange nicht mehr gespielt. Weißt du besser Holz oder Goldschwert? Äh. Beides gleich gut, aber Holz hält länger. Äh. Beides gleich gut. Mal überlegen, ja. Ja, ich glaub Holz ist im Saar. Ja genau, das wollte ich damit sagen. Gleich gut sein. Ich hab gut, dass ich auch was zu essen habe, nicht. Ja, ich hab alles. Heiß ich weg schon mal nicht? Das ist schon mal sehr gut. Also ich esse schon mal alles roh. Ich hab nix zu essen. Oh nein. Ich hab einen Pilz. Zwei Pilze. Esst du? Für mich wird das... Der ist mir schon mal tot. Für mich auch. Weil ich hab nix zu essen. Alter, was ist da los? Kiste! Alter, wie wenig Kisten sind. Aufsachen! Ich bin jetzt nicht das ganze Gebäude gelaufen. Krass. Oh Gott. Was ist da los? Scheiße. Überfordert. Weißt du, wie viel Sinn das macht? Hier schon Essen haben zu müssen, ey. Das... Ja, brauchst du halt. Für Dinge ist deine. Sonst bist du... Ich find's irgendwie voll behindert, dass mein Hunger verbraucht. Sonst trägst du nicht im Fall. Boah, jetzt hau ich alles um. Ach, am Arsch. Jetzt hab ich ne Steinachse. Ich hab nix zu essen. Ich hab schon tausend Kisten, aber kein Essen. Das ist krass. Ach, leck mir, ey. Ich hab Essen, aber das ist nur hoh. Wow. Ah ja, okay. Wow, nice. Ich glaub, die Runde wird bei mir überhaupt nichts. Ich hab mir auch nicht vielleicht nix zu essen. 50 Sekunden noch und ich bin gefickt. Ich hab zwei Essenssachen noch. Ah, bei mir wird's auch nicht... Oh, da ist ne Kiste, hab ich übersehen. Es gibt noch Röhr. Alter, ich ohne Witz. Ja, Kettenröhrung, Kettenröhrung, Kettenröhrung. Mann, ey. Wahrscheinlich kommt gleich das Loser am Bettel. Ich ging passi. Ja. Hast du was zu essen? Kommt wenigstens fair machen. Ich muss essen. War geil, drei Sekunden noch und ich hab nix. Ich hab zwei Essenssachen noch. Da ist ja noch ne Kiste, die hab ich übersehen. Alter. Oh mein Gott. Ich bin einfach mal. Ich bin einfach mal in der Runde. Ich bin einfach mal in der Runde. Ich bin einfach mal in meinem Basketballplatz. Ich bin in meinem Haus und wo nix drin ist. Auch sein Tisch. Das ist ja sehr prima. Ah, ich glaub du hast ne Kiste gefunden. Wie da nix zu essen? Noch hab ich ne Karten-Table. Bitte, bitte, bitte sei da was drin. Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Ich hab nix zu essen und nicht. Ach du Scheiße. Bam. Steinschwerter, ich hab drei Steinschwerter. Ich hab ne Kostentable. Bin das mehr als ne Axt? Bestimmt, oder? Lol, ich kann hier echt ne Karten-Table hinsetzen. Ich werde auf jeden Fall verlieren. Ich mach die Fennig. Ich mach die Fennig. Ich mach die Fennig, Alter. Ich mach die Fennig, Alter. Nein, ich hab nicht genug. Ah ja, wir haben doppelte Herzen, by the way, ne? Ja, stimmt. Ja, das hab ich auch gerade gesehen, aber ich mach die Fennig, Alter. Ich spiel gegen da Klo. Ich spiel gegen ein schwarzes Klo. Nukleus Klo, was soll immer. Will die denn das eigentlich, Alter? Ja. Hat ein Steinschwert, what the fuck? Ja, meiner auch. Ja, ich bin dauernd. Nein, ich bin dauernd. Die hat einfach keinen, die hat einfach kein Schwert. Ja, lol, ich hab ihn gebumst und ich hatte noch die Hälfte an Leben. Oh, geil. Und der hat Eiskalt nichts zu essen gehabt, wirst mich verarschen. Ich bin der Einzige, der hier gefickt wurde. Wie kann man denn nichts zu essen haben? Aber ich bin voll gewollt. Ja, ich glaub, man muss ja gar nichts essen, ich bin voll. Darf ich zuschauen? Ja, klar, das zuschauen. Hier darf man nicht craften, sonst hätte ich jetzt ein Eisenscher. Ja, da guck ich dir jetzt zu. Dann guck ich dir jetzt zu. In meiner Mini-Area. In meinem Mini-Teil. Kannst du versuchen hier zu craften jetzt? Ich muss hüpfen und dann unter dir platzieren, dass das bei mir funktioniert. Oh, Meno. Die sind einfach despawned irgendwie. Und jetzt funktioniert. Naja, bei mir sind sie jetzt alle weg. Okay. So, jetzt alle gehen alle. Warte mal, wann geht's los? Wie lange haben wir noch? Ich weiß es nicht. Jetzt geht's los. Alles klar. Ich wollte zugucken. Oh, da ist Belak. Hallo Belak. Ich glaube... Ja, der bumst sich halt immer gebogen. Ich bin jetzt schon down. Das stimmt, Pasti. Wir gucken uns aber schon hier an, wie er gestorben ist. Alter, ich lebe noch. Oh Gott. Ich bin der Erste, der stirbt. Alter, was prügeln dir? Die prügeln jetzt alle auf mich ein. Ich bin echt der Erste. Scheiße. Und da ist er gedwreckt. Ja, man. Easy, Alter. Aber ich bin voll gestorben, deswegen ist das nicht so peinlich. Da. Marc mit seiner krassen Rüstung. Wo ist denn er? Da. Da hinten ein Dreierfall. Oh. Nice. Das war natürlich geil. Aber nix zu essen gehabt. Das war aber nicht so geil. Okay. Wo bist du? Scheiß Schwert gehabt. So. Okay. Machen wir noch eine Runde? Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Nix Minuten. Ja, ich habe hier schon lange Zeit gemacht. Eins, vier, drei. Ey, müssen anfangen. Hallo. Hallo. Es geht weiter. Wir reden hier über. Egal. So, alles geht los. Alles klar. Null. Ich habe ein Schwert, nix. Na, ich habe ein Rüstschwert am Anfang gehabt schon? Interessant. Da kriegt man immer. Hast du das gar nicht gemerkt? Nö. Ich habe das gar nicht gemerkt. Egal. Okay, ich laufe weg. Aber ist das nicht die SD1-Map? Ja. Ja. Nach bloß. Ich habe gerade... Äh, ist egal. Ja, ich war in Grafikkarten. War es gerade brainfuck. Ich weiß. Komm. Deswegen. Ja. Ich krieg Essen, aber sonst nicht. Die Map ist aber auch ein Kacke. Hier finden wir noch nichts, ey. Ey, da war gerade so ein hässlicher Affe hinter mir. Da wollte ich mich schlagen. War wahrscheinlich passi. Ha, ha, ha. Soll ich jetzt mal lachen oder was los? Oh Gott, oh Gott. Ich glaub, das war das Ziel. Ah! Vielleicht gab es doch gar kein Ziel. Wasser und da kommen wir nicht raus, oder? Nein! Mein Tod. Wieso? Wieso? Achso. Ach nee, ich komm hier echt nicht raus. Ja, wirst du eh gepostet. Ich hasse die Map, ne? Doch, hier ist ein Block, wo ich rauskomme. Ja! Steinschwert! Ich mach alles kaputt! Ich hab nen Holzschwert und nen Eisenbrust. Man kann keinen Baum abbauen, oder? Ich hab Goldbrust. Nee, nee, ich glaub nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh, ich hab noch keine Kiste gefunden, außer die eine in der Mitte. Ich hab Map gefunden und er droppt. Gustav! Das ist gar nicht, dass die Tüge benannt wurden. Ja! Ich hab Matt getötet, Gustav und Alan. Das bin ich nix. Ich essbeleitze schön. Gib mir was tolles. Hier ist einfach nix, ey crazy shit. Alter! Ich hab ne Wortmensch und ein Eisen, das bringt mir nicht weiter. Ich hab auch nix. Ich hab ein Holzschwert. Das hab ich auch. Und nen Eisenbrustpanzer. Das hab ich nicht. Und nen Pilz jetzt. Hallo Pilz. Ich hab zwei davon. Nice. Okay, das wird mir aber nicht viel. Da ist ne Kiste! Oh Gott, ja. Noch eine Minute, was? Fit! Hier ist ein Typ. Ich hab nix gefunden. Ich hab nix gefunden. Ey, ich kann einfach nur noch hoffen, dass ich da hinnehme. Und so. Ja, genau. Nein, der war da gedrehen. Scheiße. Ja, okay, also ich bin auf jeden Fall ready fürs Finale. Ich glaube, ich bin getwreckt. Wie lange? 5 Sekunden noch? Alles gleich. Ich hab keine Kiste gefunden. Das ist auf jeden Fall stark. Nice. Hier war nix drin. Das könnte geil werden. Oh, ne Kiste, Junge! Und das nicht. Oh, ne Kiste. Und das ist gar nix drin. Boah, meine erste Kiste. Ich hab noch hoffen, dass ich jetzt irgendeinen Kacknob bekomme, er einfach nix hat. Ja, hab ich auch. Ja, das hoffe ich auch, weil neben mir war schon. Oh, ich hab 30 Sekunden halt. Oh Gott. Ah, okay. Dann geh ich da runter. Oh. Ey, komm schon. Ich muss doch noch irgendwo einen Brustpanzer finden, Mann. Leute, Doppelkiste. Oh, Dreckkiste. Schnell. Alter. Doppelkiste. Ja, nein. Zwei nebeneinander, meine ich. Jetzt bin ich. Aber nur Scheiße. Noch eine dritte. Leute. Okay, Dreckkiste. Aber leider nur Scheiße. Was an der Kiste? Schnell. Leute, ich hab den Saftgenote von dem Typen. Nice. Ich hab noch ne Kiste. Ich hab noch ne Kiste. Oh nein. Oh nein. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich mach ihn kaputt. Ich bring die Schnappe um. Ich bring sie um. Ich bring sie um. Nein. Ja. Nein. Nein. Easy get wrecked. Ich hab leider nen Scheiß Schwert. Ich muss ja nicht mal was bewegen. Ja. Ritchie war eh der Beste hier. Der hat alle gebumst. Ja. Nach. Nicht mal ne Sekunde. Unter einer Sekunde. Ne. Unter einer Sekunde. Dann ging er einfach kaputt gemacht. Ich hab's schon nicht gemacht. Ich bin einfach schnell rüber. Und das hab gar nichts gemacht. Krass ey. Oh fuck. Zerstört. Okay. Ähm. Alter die zielen schon alle auf. Die gucken mich schon alle doof an. Aber da ist irgendwer. Und da hinten ist. Da ist alles frei. Oh Gott nein. Nein. Ich bin gegenüber von dir. Ich bin gegenüber von dir. Ich laufe. Komm wir laufen dann alle wissen. Ich töte den Rechten. Ich töte den Letussi. 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 Ah. Alter. Die Bills. Nicht als erster zu sterben so wie gerade. Aber ich das schaffe nicht. Gute Frage. Richtig. Ich. Oh. Ja ich hab mich gerade aus was ihr geschlagen. Okay. Dich will ich dich nicht schlagen. Sitter uns. Sitter uns. Ich muss regenerieren. Tiere. Töten. Ich glaube ich werde hier der erste sein. Essen 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 essen. Oh Gott oh Gott. Töten. Leben alle noch. Das ist natürlich sehr gut wenn man aufeinander schlägt. Okay. Noch ist alles gut. Noch leweig. Hilfe Hilfe. Und ihr lebt auch noch. Hört sich gut an. Okay da hinten sind's. Gegner's. Oh Mann. Bartolp. Nein nicht töten. Ich geh das weg. Ich laufe mal raus. Tossi. Ne Tossi töten. Oh lol. Ich geh mal hier aus dem Weg. I love it. I love it. I love it. Ich muss weg. Ich bin leider fast tot. Oh Gott. Nice. In nem Deathmatch. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Goal. Warum leck das ey. Leck mich. Millie Kraft. Hast du dich. Oh. Nenn ich töten. Loll. Die machen welche Team. Das hilft. So. Alles klar. Alter. Leben. Wie viel leben die noch ey. Leben noch alle. Was denn da raus. Nice. Okay. Weiß nicht ob das Team erlaubt ist. Aber wir machen ja kein Team. Ich geh einfach weg. Wir machen keine Teams. Das ist alles Show. Oh. Oh. Vielleicht irgendwas geiles jetzt. Ich hab einen Bogen. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Ich hab auch einen Bogen. Nix zu essen. Doch ich hab was zu essen. Oh Gott. Ja. Ich hab noch zweieinhalb Herzen. Nein. Das ist gut. Ich hab Frame Drops zu steuern. Ich auch. Leider. Oh Gott. Hallo. Barsi. Oh Gott. Die Bitch. Die Bitch. Die Bitch. Die Bitch. Weg. Weg. Was mach ich denn? Nice. So. Äh. Okay. Ja. Steinschwert. Äh. Eisenschwert. Oh Gott. Okay. Wo sind denn die alle? Auf der anderen Seite. Aber wie. Ist das der letzte? Ich will nicht so. Nein. Das sind das. Ich geh mal wo an. Das sind das. Ja genau. Okay. Äh. Wer ist das? Den töte ich jetzt. Den töte ich jetzt. Ich hab Frame Drops. Das ist auch ein Team. Wir sind ein Zweierteam. Die beiden sind ein Team hier. Ich hab doch keinen Bogen. Ich hab ne Pfeile. Wenn die Team machen, dürfen wir auch die machen. Warum nicht? Ja klar. Ich hab leider auch den Zweck. Das sehe ich nicht ein. Wenn die Team machen, dann dürfen wir das wohl auch alle. Mann. Ne. Ich traf den nicht. Ey. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab Pfeile, aber ich kann die schlecht geben. Äh. Wo ist das? Äh. Alter ohne Witz ist für Team auch das Ende. Ey das Finale. Das ist geil. Ey stirb du Bitch. Stirb. Anleih nicht mit den Drops ey. Das ist doch kacke. Ja. Richtig gut vielleicht mal. Oh lol. Ich hab nicht grad. Oh Gott. Ich hab voll die Frame Loss. Das ist voll behindert ey. Brauchst du was? Hast du noch was? Ich brauche Pfeile. Ich wurde angezündet ne. Hab eingezüttelt. Ich hab keine. Hinter dir hinter dir. Ich hab auch gerne Pfeile. Oh. Ich steig mich direkt auf den falschen. Wir müssen hier Pferdteam am Ende machen ne. Ist das auch ein Teamer hier? Aua. Der hat nicht mal ein Schwert in der Hand. Er hat den glaube ich weggeschmissen oder so. Äh. Come on. Ich schneid den Weg ab. Hier links. Ha. Eiskalt. Bam. Ja Team. Sind wir jetzt die Letzten? Aber wir warten jetzt. Wir rüsten uns jetzt. Moment. Ich glaub wir sind nicht mal die Letzten. Oder? Echt lol. Ja ich hab meinen Bogen weggeschmissen. Scheiße. Ich hab schon wieder den Bogen weggeschmissen. Aber wir haben ein Schwert weggeschmissen. Wie viel Rüstungszelle? Ich hab mein Schwert auch weggeschmissen. Sehr ganz fair dann. Ja ihr habt alle Eisenbootpanzer man. Also ich hab mir fehlen dreieinhalb. Also mir fehlt ein Bogen. Also mir fehlen viereinhalb. Ja hier. Ich hab noch was hin. Äh. Ja wir machen einfach nur Steinschwertkampf mit. Süssiges. Nur Steinschwert dreieinhalb mit dreieinhalb Berüstung. Dann war's das. Dreieinhalb? Okay. Dreieinhalb fehlen meine ich. Ja ja dreieinhalb. Dann brauche ich. Drei Minuten. Dann brauche ich noch was. Dann brauche ich noch was. Ey aber wir müssen halt halt ja voll Leben haben oder nicht. Äh wir müssen irgendwo Hosen sein da. Ich hab volles Leben eigentlich jetzt. Oh man. So. Ey aber auch kein Bogen und Zeit. Äh ich bin auch noch volles Leben. Ja wir müssen ballen ne. Ich würd sagen wir überlegen einfach. Ich geh weg meiner Leben. Das Problem ist ich bin nicht voll. Ja was du bist oder wir haben noch drei Minuten Zeit. Jetzt geht das. Ja drei Minuten nur. Naja deswegen. Sollen wir einfach anfangen? Ja. Okay ja. Also nur Steinschwert ne. Mehr nicht. Ich bin Arsch im Nachteil. Oh Gott. Let's go. So. Perfekt. Okay. Alles klar. Wer ist denn das? Alles so. Hallo. Ich komme. Oh Gott. Ritchi hat. Ritchi hat. Ritchi hat die Hex alter. Ritchi hat die Hex am Start. 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 Ich hab voll die Lex am Start sagste. Ich bin tot. Nein nein nein. Ich bin auf einer der ersten runter ne. Die Nummer eins ist weg. Scheiße. Ja mal die Nummer eins weg. Achso. Alles klar. Ja ich werde sowieso jetzt drauf stehen. Weil ich einfach Framelops hat wie sonst was. Weg mach dich. Aua. 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 Ich hab dir sogar noch zwei mitgegeben. Drei. Ja gut. Ja. Digi würde ich sagen. Wenn man nicht full ist kann man da rein auch nicht gewöhnen.